Es wird uns allen sehr viel helfen, Freizeitverkürzung an eine neue Anbindung an den Flughafen erstmals wird es hier geben. Und ein paar Zahlen werfe ich Ihnen jetzt auch noch schnell um die Ohren. Die Gesamtfläche dieses neuen Hauptbahnhofes beträgt unglaubliche 109 Hektar, wer sich denn in Wien ein bisschen auskennt. Ich bin in der Josefstadt groß geworden. Ja, da bekommen Sie schon. Oh ja. Okay. Ich werde mit den Zahlen her mit unseren Superstars und jetzt geben Sie mal richtig Gas. Das ist Olympiasieger Matthias Baller. Ich sehe den Kitzbühel-Sieger, Hannes Hattel. Eine Snowball-Olympiasiegerin Julia Rübberwins. Bitte gut lassen. Ich sehe den Kitzbühel-Sieger und sechsfacher Weltmeister Gregor Schwierentzauer. Begrüßen Sie Prika Kakirakasa. Nikon Spiebohra. Max Ranz. Hi. Hi. Let's. Hi. Hi. Lukas Rattich. Benchstra. Rathenbohra. Hi. Hi. Herzlich Willkommen. Jetzt brauche ich meine Liste. Wie mit dem Wettbewerb. Alle sitzen hier. Ich brauche meine Harten. Grüße. Hi. 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 Hey. villagers im Bayern Diamond. ini. Passivieren. Machen Sie doch mal Platz, hier kommt einer, der darf die Show nicht versäumen. Geben Sie Gas, hier ist Benjamin Ralf! Und hier kommt er der Seiliger! Höchst noch Regimenten mit der Presseleiter, Sport- und Verteidigungsminister, Herr Kuhn, schönen guten Abend! Mario Reiter kennt Sie, unsere Pressebetrager, habe die Ehre. So, alle durchlassen, viele wichtige Menschen. So, ich habe Ihnen nicht so viel versprochen. Alles, was Rang und Namen hat, ist da. Sie werden heute auch Sportler sehen, hier auf der Bühne, die gerade ihre Karriere beendet haben. Wie zum Beispiel auch Thomas Morgenstern. Alle Seelen sind jetzt da hinten oben. Ich darf Sie bitten, Fotografen, Kameraneute hier durchzulassen. Noch mal der Hinweis für Sie. Nach unserer Eingreidungsshow, hier auf der Bühne, haben Sie die Möglichkeit, sowohl hier auf der Bühne, als auch an einem Stock tiefer, ganz nah ran zu kommen an Ihre Superstars. Sie müssen sich jetzt nicht um Bühne streiten und um die besten Plätze. Sie kommen heute noch ganz nah ran an die Superstars. Hier ist ein Foi. Aber es ist es eine Fie. Also gehts hier mit den ersten Kdoaren. Untertitelung. BR 2018 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 Und damit sind wir schon fast am Ende unserer Modeschau, aber es gibt noch ein absolutes Highlight. Zum Schluss sehen wir Supermodels aus Salzburg, Niederösterreich und Kärnten in Mode aus dem Haus Arzberger. Zu diesem Monat haben wir wieder Kärnten und Anna Feniger. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich glaube nicht, Sie müssen mehr Gas geben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Superstars Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018